Heute, Leute! Heute spielen wir Lucky Block Bedrocks, aber mit IT! Hallo! Abonniert einen neuen Kanal! Und Ente! Was geht? Alter, Ente ist auch dabei! Hallo! Ja, Leute, IT hat einen neuen Kanal, da steht schon, abonniert IT! Schaut auf jeden Fall vorbei, lasst ein Abo bei IT da, der macht jetzt aktiv Videos jeden Tag. Wir haben einen neuen Lucky Block, Tennis Lucky Block. Lass den testen, der hört sich auf jeden Fall schon mal cool an. Ist von dem deutschen Ersteller, Ehrenmann. Oha, ich krieg auch direkt hier Rüstung, Tennis, Brust, Platte und Outdoor-Hose. Lol, ich hab damit Reach. Kann ich damit jemanden schlagen von euch? Ne, keine. Ich hab die Idee, Ente, soll man zur IT gehen? Ja, lass den wegbomben! Alle auf IT! Ich hab einen Bogen, Tennisbogen. Aber sogar auch! Und warum IT Space heute so anders aussieht, wir hatten so einen Fehler. Mit dem World Ended Plugin hat nicht alles funktioniert. Deswegen hat er so eine billige Base. Egal, geht. Ich hab den Tennis-Schläger jetzt leck beim Minecraft. Heftig, Alter, der ist viel zu krass texturiert. Ich hab auch leck. Wie wär's mit einer Runde Tennis? Juhu! Habt den Tennis-Schläger, oder was? Ich hab doch gar nicht den Schatz bekommen. Ich bekomm bis jetzt nur Müll. Einfach eine Tennis-Basuka. Auf, eifer! Nein, bitte! Hab einen Tränk getrunken? Bitte! Hör auf! Wenn das explodiert, sind alle meine Villager weg. Oh! Die Leute, gibt's auch dieses Getränk. Sportdrink. Oh mein Gott, wie schwer hat's nicht. Ich hab kurz hier ein bisschen, äh, Minecraft ändern. Warum hab ich ein bisschen längst? Weiß nicht. Dann weiter geht's. Oha, drehen den Helm. Fliegen oder so kann ich doch gar nix. Hab ein bisschen krasse Effekte. Und ihr? Oh mein Gott. Guck mal ein Schwert an. Das Tennis-Schwert. Wow! Was ist das? Tennis-Zepter? Alter, Schwere! Alter, bleib mal kurz stehen. Ja, warum denn? Weil ich die Saubaufheit ziehe. Warum soll ich denn stehen bleiben, Alter? Warte! Hey, ist passiert? Ah, du und dein Minecraft vertauscht sich. Warte, Alter, ich will dich mal treffen mit der Bazooka. Alter, warum tanzt du so? Ich tanze gar nicht. Hey, Leute, das ist wegen meiner Zepter. Leute, das ist hier richtig heftig. Furt in der Flasche. Leute, was macht das? Nein! Leute, das ist wie Gansi Gass. Echt jetzt? Nehmen wir den Wildschirm noch her zum Glück. Oh mein Gott. Das ist ja richtig OP. Das kann safe auch... Oha, weg damit. Warum renne ich? Wegen meiner Rüstung? Okay, geil. Was bekommt ihr so für ein Tims? Äh, gar nix. Guck mal, ich hab Invincibility. Man sieht mich gar nicht. Invisible hast du? Unsichtbarkeit? Oh, oh. Indoor-Helm. So, und der sieht cool aus. Sieht so aus wie ein Umband für die Haare. Damit der Schweiß da alles hingeht. So, was gibt's doch hier? Dreh die große, zieh mal die an. Ich hab die Glasflasche. Oha, Alter. Was hast du bekommen? Alter, wie geht's dir? Äh, gut, warum? Au, au. Okay, Benz. Der Benz hat übernimmt. So, die Werbung ist schon mal weg. Aber abonniert, INC. Könnt ihr auf jeden Fall machen. Der ganze Text ist weg. INC, guck mal. Der ganze Text für INC ist weg. Ha, ha. Ich hab mir so viel Mühe angegeben. Ich hab den weggesprengt. Oh mein Gott, ich hab so viel davon. Oh mein Gott, ich hab einen Lucky Villager gekriegt. Echt jetzt? Hallo, INC. Nein, hör auf, bitte. Oh mein Gott. Ich hab dich damit besiegt. Meine Villager sind vergiftet. Au. Oh mein Gott, das ist so OP. Das ist so OP. Oh mein Gott. Okay, die Emotionen wirklich gehören mir. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der fliegen kann. Oha, die hat Glück, meine Spitzhacke. Ich krieg mehr Emotionen als normal. Au, ich hab's auf dir. Ich halt alles aus. Kein Problem. Nein. Tschüss. Mein Gott, das ist vertauscht. Was habt ihr gemacht? Ey, gar nix. Keine Ahnung. Ey, das warst du, Enkel. Gib's doch zu. Echt? Es ist vertauscht. Ey, es ist voll schwer, so zu spielen. Ja, ist doch gut so. Ah, es ist so schwer abzubauen. So, wenn ich meine Maus nach unten mache. Ne, ich traf gar nix mehr. No. Really? Aber es geht noch. So, wir bauen euch ab. So, ah, nicht nach hinten gehen. Nach vorne gehen. Ja, und alle gehören mir. Wie viel hab ich? Oha, ich hab fast einen Stack Emerald. Was? Ein Stack? Ja, fast. Das ist richtig matsch. Ey, wie sprinte ich? So, funktioniert. Leute, ich hab mal Lucky Pausch. Soll ich die trinken? Äh, die kannst du da werfen? So, hol ich wieder weiter, Lucky Möcke. Komm, gib mir Glück. Bitte, bitte, bitte. Ich tue ein paar Sachen in die Enderchests. Habt ihr Sachen in eure Enderchests? Ja. Ja. Da würd ich euch auch empfehlen, falls wir uns angreifen oder so. Oha, was ist das? Auto Material. Aber ich hab schon Auto Rüstung, glaub ich. Oha, ich leck so heftig. Warum? Wegen deinen Items mit der guten Grafik. Okay, das ist nicht so gut. Oh mein Gott, ich hab das Hacker-Item. Ja, aber... Das kennen die schon. Guck mal. Jetzt mach ich hier so ganz den Weg. So, jetzt könnt ihr euch alle easy rüberbauen. Kein Problem. Hehe. Ey, warum schießt du? Hä? Hör auf! Hey, ich hab dich getroffen. Oh, oh. Ich muss zurück, ich muss zurück. Oh, es leckt. Oh, wie fein ist das? Schnell ein paar Items wegwerfen, die ich nicht brauche. Weg, 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 weg. Hey, warum hab ich noch 7 Ambulans? Ah, hier hab ich noch mehr. Okay. Komm, ich will doch mal dieses Werf machen, dieses Item da, was das war. Das war richtig cool. Oha. Das hab ich auch. Grüner Apfel. Oha, der hat voll eine gute Textur. Nein, was passiert? Mein Beinkopf ist vertauscht. Hey, war der vergiftet oder was? Ich kann nicht mehr laufen. Was? Gar nicht mehr? No, dann, was passiert? Ah, IT kommt. Geh weg. Wo bist du? Mein Gott, sag doch mal. Ha. Oh, der Effekt ist weg. Oh mein Gott. Mir ist voll schlecht geworden. So. Was ist das? Obelking? Ja, was ist das? Kann man das anziehen? Was? Ich probier's mal mit einem IT. Wo ist der? Hier. Hörst du nicht von Obi? Dieses Kaninchen, der Obi-King? Ich weiß nicht. Oh, au. Was bringt das? Kann ich damit irgendwas craften? Was bringt dieses Item, IT? Das gar nicht. Das ist auf jeden Fall ein Foto, lol. Na, geil, lass ich den. Brauch ich nicht. Nee, kommt rüber. Werden die sehen. Entschuldigung. Oha, einmal Blöcke vom Brunnen. Oh mein Gott. Echt jetzt? Ich hab richtig viele. Mehr als ein Stack. Wer will die Lieferung? Wer will die Lieferung? Ich. Okay, Entschuldigung, bekommt die Lieferung. IT, geh weg. Dafür kriegt ihr jetzt keine IT. So, ich hab hier 32. Entschuldigung, kriegt's. Hier kommt 24. Echt? IT, hör auf zu denken. Oh Mann. Hier, ich schenk dir auch was, weil du heute so eine billige Base hast. Kriegst du auch ein paar Stück. Oh, danke. Bitte, bitte, kein Problem. Ich will auch weiter erforschen, was man noch so kriegt. Oha, Bazooka. Wo ist IT? Dahinten. Du meinst doch nicht einfach mich abschießen, oder? Nein, ich bin nicht so einer. Was macht ihr da? Hey, du warst ja schon schwach. Ich war richtig schwach, die Bazooka. Wow. Welche? Keine Ahnung. Der Obi-King, was macht das? Tennis-Bazooka. Der Obi-King macht gar nichts. Ich dachte, das wäre irgendwie OP, aber das bringt, glaube ich, gar nichts. Hey, die Tennis-Bazooka macht ja gar kein Damage. Ja, die ist voll dumm. Die brauchen wir nicht. Dann bist du einfach vertauscht. Warum bist du hier? Hey, warum überlebst du den Bogen? Warum nicht? Zum Glück kann ich fliegen, aber ich weiß gar nicht, wieso. Hey! Was war das? Hä? Nein. Das wirfbare Item. Haha, ja. Warum hast du das? IT auf. Komm her einfach. Warum bist du jetzt so? Ich hab dir was geschenkt. Ah! Mein Konflikt! Das war ein bisschen too much. Ey, diesmal könnte ich wirklich gewinnen. Gib mir den Bogen. Gib. Au! Da ist der Meier. Ich kann doch nicht auch bedienen hier. Doch, du bist der billige Kiosk von dem an. Ey! Hä? Geh! Was glaubst du hier? Ich hab dir auch Reibungsgeschenk. Wir hatten einen Vertrag. Oha, es legt ja auch nochmal dieses Item. Es hat so eine gute Grafik. Mein ganzes Spiel legt. Ich muss dann eigentlich testen, ob es funktioniert. Ja, funktioniert. Jetzt. Lol, hä? Verdient. So verdient, Ente. Ehrlich. An was? Ehrlich. Oh mein Gott. Du hast das Item bei der Eier-Chess. Das leckt so hart. An was bin ich gerade? Hä? Oh mein Gott. Oh, so. Es geht wieder. Ne Ente. Eben verdient. Ja, mit meiner. Ich hab ein richtiges OP-Schwert bekommen. Nein. Echt? Doch. Jetzt? Welches? Sechs Millionen Tech-Damage oder so. Es war unermal OP. Ich weiß nicht. Tennis-Schwert, irgendwas. Ach so, lol. Warum? Äh, nur so. Einmal. Ey. Let's go. Ah. Hör auf, um weiter zu bauen. Nee. Warum überlebst du? Ja, ich hab das. Yeah. Oh mein Gott. Zum Glück hab ich die Waffe. Zum Glück hab ich diese Waffe. So, und jetzt mit den ganzen Blöcken weg hier. Ich durfte nicht mehr hin. Ich durfte nicht mehr in mein Land. Geht weg. Ente. Geh mal meine Items zurück. Nein. Du hast doch Einmal-Block oder nicht? Ja, stimmt. Da war ja was. So, damit keiner mehr Stress wagt. Hier noch ein Lucky Block. Oh, dieser Helm. Ich muss den behalten. Der geht, glaub ich, Fly. Der ist richtig gut. Nein, ich hab die Apfel gegessen. Wieso? Oh, eine Glasflasche. Oha, die ist ja unnormal OP. IT, wo bist du? Komm, ich hab neue Items. Sieht aus. Okay, die ist, glaub ich, gut, die Glasflasche. Können wir nochmal hier testen. Oh, du Spall-Aklin-Block. Kann ich mitnehmen direkt. Nein. Ja, weil ich hab wieder gut ausverkauft. Danke. Ey, au. IT, auf wen schieß du? Auf mich. Auf keinen. Mein Markopf, nix. Äh. Ich kann nicht mehr fliegen. Du hast mein Helm kaputt gemacht. Ja, jetzt bist du dran. Au. Ich will zurück, ich will zurück. Wie? IT. Wow, was war's für von dir? Nee, ich brauche ein B-Better-Bett. Nein. Wie? Wer hat mich besiegt? Ich hab ihn mit der Hand einfach getötet. Wie? Ich hab einfach alle deine Items. Nein. No way. Echt jetzt? Ja, ich hab alle Items von Alpha-Stall. Easy, mach dir fertig. Alpha. Wo bist du? Bei meiner Base. Komm her. Bitte komm nicht zu mir, bitte. So, erst mal alles in der Ender-Chest rein von Alpha. Damit du auch keine Lucky Blöcke mehr hast. Oh, oh. Gefängig. Du hast einfach so viele Lucky Blöcke. Was gibt's das denn? Willst du mich jetzt besiegen, iTunes, oder was? Jetzt gehen wir erst mal rüber zu dir. Magst du mich nicht? Doch, aber trotzdem. Weil darum geht's... Au. Yeah. Nee, jetzt hol ich das Bett ehrlich. Das war's. Stopp. So, das Bett ist ab. Aber dich lass ich doch am Leben. Du hast auch eine letzte Chance verdient. Oh, Glück gehabt. So, das Item leg ich mal wieder zurück. Oha, was krieg ich hier? Wasser, lol. Kann man da essen? Nice. Voll stark. Ich hab voll viele Herzen schon. Nein, Tinti. Oh, die Lucky Blöcke sind so cool. Die sind echt cool gemacht. Ich liebe die einfach. Ich packe den ersteller mal in die Beschreibung. Der hat den richtig Lucky Blöcke für dich gemacht. Ja, schaut bei dem ersteller vorbei, nicht bei IT. Ja, wer besser? Hey. Ich hab irgendwie Lust, auf dich zu gehen, Alperstein. Ente, guck mal, wo ihr Bett ist. Hey, wo ist mein Bett? Geh gucken. Hey, es ist weg. Oh nein, ist du mir leid, Ente. Du hast mein Bett weggemacht. Oh nein. IT, ihr Bett ist schon ab. IT ist raus. Ciao, IT. Ja, schon. Gut gemacht, IT. Ach, Mando. Echt gut gemacht. Oh mein Gott. Äh, Tennis-Zepter, wo bist du? Ich will dein Minecraft vertauschen. Komm her. Äh, nein. Doch, komm. Komm, nein, 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 warte, warte, warte. Gib mir doch mal eine Chance, okay? Nein, das versiege ich nicht. Das vertauscht du dein Minecraft. Hey, hey, hey. Jetzt tanzt du. Das nerviert mich total. Gut, tanz weiter. Ich gucke dir noch ein bisschen zu. Kriegst du noch diese Besucher in dein Gesicht? Nein. Ja, tanz weiter, Ente, alles gut. Alles wird beim Alten sein. Keine Angst. Ich muss irgendwas setzen. Kannst du nicht. Das war's. Du kannst nichts mehr tun. Wo bist du? So, lieber Zepter, kriegst du auch noch mal. Da muss ich meine OP-Waffe. Und. Ey. Einfach besiegt. Okay, Leute, dann würde ich sagen, war es mit dem Video. Schau bei IT vorbei bei seinem neuen Kanal. Schau bei IT vorbei. Wir machen alle Aktiv-Videos. Lass einen Like, ob es dir gefallen hat. Und dann würde ich sagen, tschüss. Ciao.